Ich habe sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf sie, den einander aufzusehen. Das ist kein Rallye, habe ich zu. Drei rechts, 60. Ein links, don't cut. Überkuppe, 100. Drei links, 60. Off, in bleiben. 100, 60, don't cut. Nee, noch nicht, Garland. Noch nicht. Ey, was soll das denn los? Ich schicke mal nächste Woche, Garland. Gehen wir jetzt. Da los. Gehen wir. Da, Spuren. Ja, das denke ich mir, ja. Also das Hauptgame auf jeden Fall. Okay, da los. Okay, da los. Ja. 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 Morgen kommt der neue Teil rausprobieren. Warum kommt der Last of Us Part 2? Na los. Boah, 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 boah. Gib dir Deckung. Wie viele sind es? Verdammt viel zu viele. Geh außen rum. Ich gebe dir Deckung. Boah, boah. Flankieren! 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 noch eine munition he dead okay nice Die haben hier erstmal ein Grillechen gemacht, die Boys. Ach, die hier, klein ist das Game. Die Kunst von The Last of Us 2 ist 1,3 GB klein. The Last of Us 2, Original Soundtrack 4,3. Kann man das jetzt schon downloaden? Ab 13.30? Na, dann mach ich das heute nach dem Stream an. Denk ich mal. Na, wir müssen die Ponys noch holen. Ja, dann los. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Dann los. Die Spur geht hier. Na dann. Der sieht sicher aus, der hört sich jetzt nicht so... Ich komm nirgendswohin. Schon mal sicher ist er, aber ich rufe ihn in der Hand nehmen. Vorsicht! Elli! 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 Ich bin hier! Oh, Herrgott. Ich bin scheiße Waffe. Wir sollten euch mal unterhalten. Irgendwas zum Heilen oder so? Hello? Munition, das ist gut. Oh, ist ne schöne... Ist auf jeden Fall ne schöne Wohnung, Scarlett, ja. Schicke Häuschen. Da ist der Comic, den sie immer liest. Schöner Alderney Computer. Hat man gesehen. Top gefährlich. Ohhhh. Nee, reicht nicht. Ich hab die richtige Tür gewählt. Haben sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hä? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gesicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was für Lust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin. Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Okay! Das hättest du nicht sagen sollen, Joel zu Ellie. Wo bist du, du verdammter Dreck? Das war nicht nett. Dreckig dich ab, Toria. Aber musst du was nicht rausfielen. Das mir disse. Tobi, wir werden schon mal wenn du mit dir hilft. wie wir sind brüder ich weiß das sind harte zeiten freundchen ich grüße ich grüße ich grüße auch moin die beste verteidigung die beste verteidigung die geschehen die geschehen ei 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 bleib da ich werde hier drüben suchen sucht auf uns los das war's schnappt ihn euch die Outplayed. Okay, alles sauber. Oh, oder? Oh nein, wir haben schon. Hey, Blue Gorgonzola, moin. Ich wusste, wie? Hallo? Da ist nix mehr drin, Joel. In der Schrotflinte. Hyperion, moin. Alles sauber, bitte auf dem Boden. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Ellie ist echt traurig. Joel, du bist ein Penner, ey. Die Nummer hast du verkackt. Die Nummer hast du wirklich verkackt. Die Nummer hast du wieder. Ich bin, du bist. Ich bin, du bist. Das ist für dich. Das ist für dich. Das ist für dich. Wie ist dein Leben? Ich bin, du bist. Ich bin, du bist. Ich bin, du bist. Ich bin, du bist. das ist es heute machen wir ein kino abend wo ist dieses labor am anderen ende universität von ost colorado die pighorns ellie runter vom pferd gib es bitte tommy ich würde es gern behalten der recht ist na los ich sage es nicht noch mal was hast du vor naja deine frau macht mir angst ich will nicht dass sie wütend wird tut mir leid dass ich das pferd gestorben komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden ja du kennst mich ich bin ein sturer bock universität von ost colorado und wie finde ich dieses labor im forschungstrakt sieht aus wie ein großer spiegel könnte sich verfehlen hast gut auf deine frau auf es war eine kurze etappe genau das ist ein teil aber und wenn man die zehn jahre schafft ist wieder erster angriff first down genau man wie kompliziert man muss es nur ein paar mal spielen dann weiß man das ach tommy Spiegel aus? Wir halten zum Innenhof und da sollten wir den Campus überblicken können. Na, wenn es so viel Spaß macht, machen wir das gleich noch mal. Oh. Das kann das Pony nicht. Oh Mann, ey. Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommi ja fragen können, wie er heißt. Kerl ist... So, gucken wir uns mal ein bisschen um, ob wir noch was basteln können, wa? Oh. Sunny, oi, moin. Ich grüße dich. Das Ding ist, wir können, glaube ich, eh nix bauen. Das ist ein guter Platz. Außer die Pistolen. Hm. Aber irgendwas war noch, was wir machen konnten, aber keine... Das hat mir keiner vorgesagt im Chat. Nein. Das habe ich ganz alleine rausgefunden. Niemand hat gebackseed gegeben. Niemand auf dem Rücksitz hat irgendwas gesagt. Das war's nicht, aber . Ich bin ein bisschen mehr von... Nein. Ich bin ein bisschen mehr von... Ich bin ein bisschen mehr von dem Rücksitz... Ich bin ein bisschen mehr von... Oh. Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. Oh, wer hat denn ein Emote, wo ein Rennsitz durchgestrichen ist? Ach, das ist... Ach, hier! Was? Ramfradl! Ach, Stefan, ihr kleine Dödel. Ich hoffe, dem geht's gut. Ich hab schon lange nichts mehr auf Twitter gelesen. Stefan. Ist mir vorhin gerade aufgefallen, dass ich lange nichts mehr gelesen hab von ihm. Oh, ich war irgendwas. Oh, ich war! Oh, ich war! Oh, ich war! Oh, ich war! Spiel GDR 5 RP? Ah, danke, Oral-Aposte. Ich bleib bei Kalos. Ich hasse den Namen. Es müssen einige sein, für so'n Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Uff. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Kein Saft. Kein Saft. Da müssen wir da mal Saft drauf machen. Ich versuche mal den Strom einzuschalten. Das hört sich so an, als wenn da gerade einer kotzt. Uff. 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 Ich versuche mal den Strom zu. Ja. Das stellt sich so an, als man das macht. hier war vielleicht nicht die kleberste idee das war jetzt ressourcenverschwendung naja das das nennt sich wohl zombie apokalypse barbecue ich ahne doch schon wieder böses ich zieh die leine und dann ist doch wieder alarm hier wii 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 nichts was ein flammenwerfer nicht lösen könnte ein flammenwerfer kann so einiges lösen ist immer eine gute idee da geht schon los hört es schon klickern ich habe überlegt ich war gern astronautin geworden tatsächlich ja wie es wohl ist allein im weltall zu sein das wäre cool ja als ich klein war wollte ich wohl länger werden ach quatsch nein wirklich das wird nichts unter die hundeaugen noch dazu ich soll was sehen mimi 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 das lassen wir lieber ich kann euch leider nicht alles geben von meinem körper das gehört nur mir und der dusche tom hecker moin das gehört nur mir und der dusche niemand anderem warum bist du jetzt so ja ja ist das gebäude ja eine ganze harte zeigen die affen mir den weg ich glaube schon oder ich habe die dusche gefragt die meint ist es okay wenn du singst das war richtig toll war das dein erster affe das war mein erster affe ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017